So, da bin ich wieder und ja, wir können direkt weitermachen, ähm, genau, die Wasserpumpe wir jetzt bekommen, das wäre die, also da brauche ich noch ein bisschen Holz dafür, ähm, dann können wir noch auf diese Insel zwei, drei Holzfüllhütten bauen. So, dann sollte es mir nicht mehr allzu lange an Holz mangeln. So. Achso, Truppen mitnehmen, können Truppen mitnehmen, bitte. Okay. Hier auf den. Äh. Aha. Spitzialgebäude, genau. Da rüber. Da rüber. Na ja, zurückspringen, ist ja total lustig. Ähm. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie weit meine Gegner eigentlich sind. Du zum Beispiel. Du hast eine Kaserne, eine ziemlich große, das heißt, ich sollte mit mehr als einem Schiff anrücken. Und ganz offensichtlich hast du dann die ganze Wirtschaft auf dieser Insel, ähm, der noch ein bisschen was. Und auf der ist, das heißt, das heißt, das wird wahrscheinlich die, äh, sozusagen am stärksten. Das heißt, das heißt, dort ist sozusagen die Streitkraft am stärksten. Was kann ich hier anbauen? Was kann ich hier anbauen? Was kann ich hier anbauen? Beuter und Hanf. Cool, dann könnte ich ja eigentlich die angreifen, dann hätte ich das Hanf-Problem für immer gelöst. Ähm. Genau. Ja, das ist auch schon nicht mehr ganz so leicht, äh, hinzunehmen, die Insel. Ähm. Geht mal hier hoch. Ich hätte gern ein Kriegsschiff. Währenddessen kannst du das auf das ausbauen. Ähm. Genau. Dann kann ich... Hanf- Boah, Wahnsinn. Kommt das her? Ähm. Dann baue ich halt noch so einen Lebstuhl. Kein Problem. Ansonsten, Nahrung habe ich. Ich habe genug. Äh, Stagnabel. Freuter. Freuter könnten auch ein paar mehr da sein. Ähm. 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 so die frage ist eigentlich sind die ist die handproduktion hier total sinnlos also in gänze das heißt ich könnte hier draus hallo was jetzt wurden ja nein das heißt jetzt was das ist doch nicht euer ernst dann ja brauche ich noch so eine molkerei nicht dass die mir jetzt viel bringt aber ja besser als nichts genau ich nehme hier noch so ein kleines x schiff ach so ist das gleiche problem wie vor das ist echt ziemliches glück dass er das hat einmal deine truppen das problem ist immer noch nicht genug kleidung ihr lauft schon auf hochtouren warum nicht das anders gebäude ist es nicht hier aber das war jetzt nicht ganz so dämlich dass der hier wieder umkommt aber also irgendwie muss ich jetzt immer noch eins so bitte sag mir dass nicht jedes einzelne schiff also jedes schiff einzeln dahin fahren muss das wäre echt übelster sackgang das ist nicht meine insel die insel sieht eigentlich ziemlich interessant aus zum angreifen das gras führt dazu dass die konsole ein bisschen mehr ruft als sie eigentlich sollte oh don't don't tell me das ist doch nicht euer ernst echt ach das ist die insel genau 1 2 3 wobei wenn ich jetzt anfange hier die zwei kaputt zu machen dann sollten wir erstmal genug spaß haben oder eher was ist das für ein schiff eigentlich ist mir egal was das für ein schiff ist wenn ich dich nicht zu einer truppe zusammenfassen es wäre übelst albern wenn das nicht gehen würde was macht dieser knopf weiß man nicht das mein ziel ist da schiff ich schiff das ziel ist da noch einer wegen aha jetzt loslassen dann geht es trotzdem geht also doch das total umständliche sieben knöpfe drücken aber an sich an sich geht es interessant so jetzt wird es interessant weil ich keine ahnung habe wie hier das kampfsystem funktioniert muss sagen das kampfsystem vom los ach so die laufen einfach mal über das wasser okay hier geht wir da hin ist noch ein schiff von mir ja immer hier runter hier unten Ja, das stimmt. So, hier runter. So, hier runter. So, ihr geht auch da hoch und du auch. Ähm, ja. Ja. Oh. Interessant. Du hast keine Einheiten mehr. Quasi. Doch. Hä? Wo kommen die jetzt her? Ja. Ganz großartig. Ähm. Okay. Das heißt, im Idealfall sollte ich sogar von zwei Seiten angreifen. Das heißt, ähm. Da haben wir noch eine Kaserne. Die setze ich hier runter. Nein. Das. Ja. Äh. Sehr ne. So. Das ist nicht mehr meins. Ne. Okay. Ja. Ja. Gut. Also bisher nicht gut. Eigentlich nicht gut. So. Noch ein Kriegsschiff. So. Jetzt habe ich erstmal wieder zwei Schiffe mit Einheiten. Mit dem Bauen. Oh. Spezialistenschiff. Was kann das? Weiß keiner. Okay. Du auch mal so ein Ding. damit ich ja alles in die herft haben wollen jetzt kommt hier so ein korsam schiff richtig sehr damit werde ich wohl leben müssen so gucken wir mal kurz in meine wirtschaft rein beruhigt sich langsam woher habe ich schon gekauft so habe ich drei auch gut das heißt ich kann jetzt angreifen auch gut kein problem dann wo kann ich alles angreifen links mittig und rechts ok dann stellen wir uns schon mal hier hin und dann und dann und 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 dann dann und dann und und dann und und wir uns jetzt in übers Wasserlauf reichweite Ja. Er hat ganz schön viele Einheiten, das muss man schon sagen. Natürlich ist es fraglich für mich, wie ich das mit meinen paar Hanseln jemals schaffen soll. Vielleicht greife ich doch erst mal die andere kleinere Insel an. Das ist gar nicht mal eine schlechte Idee. So, du da hin. Du bewegst dich zum Ziel hier runter. Du bewegst dich zum Ziel ebenfalls hier runter. Jetzt habe ich das andere Schiff gar nicht benutzt, oder? Das eine, was ich oben an meiner Hauptinsel hatte. Ach, jetzt habe ich... Das ist meins? Spezialisten-Schiff. Welche Insel hatte ich mir damals ausgeguckt? Vielleicht die hier, ne? Genau. Hier gibt es dann entsprechend drei Festungen. Also einen Marktplatz, ein Kontor und so eine Kaserne. Ja, hier sollte ich ein bisschen einfacher reinkommen, denke ich. Ich hoffe, ich. Ich hoffe, ich. Hier beiden auch mit einer rauf. Hier beiden auch. Oh. 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 Ganz großartig. Ähm. Ich bin noch mit voll. Mal hier zu dem Ziel. Jetzt hier. Nein, komm her. Nein, komm her. Nein. 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 Ich bin noch nicht das. Hier unten irgendwo, ne? Hier ist die. Ich glaube, dass meine Leute jetzt auch reichen. 2 drauf. 4 drauf. Hier sind 4 drauf. Ja, warum du mir bringst. 4 drauf. 4 drauf. So. Genau. Wir müssen auch kein Schiff mehr und ich kann auch keins mehr bauen, ne? Was war das? Genau. So. Ich denke, dass ich aufbauen bin. Ähm. Ich bin weg. Danke. Okay. 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 So. Meins? Noch nicht meins. Uh. Cool. Sehr schön. Dann kann ich jetzt auf der Insel wunderbar noch ein paar Handplantagen bauen. Und Kleidung herstellen. Außerdem wäre es gar nicht mal schlecht noch ein paar Nahrungsressourcen zu haben. Nein. Erst brauche ich nämlich im Kräutergarten noch. So. Und wenn ich noch hier unten nach hier oben habe ich auf jeden Fall äh äh Kräutergärten und kann noch ein paar Schweinezüchter äh hinbauen 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 dann noch ein paar Wolkerei hier Wolkerei hier und noch eine dann kann ich dann kann ich den Marktplatz hier her setzen hinbauen hier heran heran zoomen und ... fleICHe hinsetzen Ansonsten kann ich ja noch ein paar Weber bauen. Bioproduktion an Hanf sollte es mir ermöglichen. Das war dämlich. So. Ähm. Jetzt so. Trotzdem noch vier. Okay. Okay. Ich bin ganz schön bei dem Minus. Wo bin ich heute Minus? Jetzt noch ein paar Schweineköpfe. So. Okay. 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 So rum. Dann. Auszoomen. Gucken wir weiter kommen. Selbst wenn ich die hier hinsetze komme ich überall hin. Wahrscheinlich mit einem Badehaus genauso sein. Dann kann ich an die Kirche hinwohnen. Und ein Badehaus. Dann kann ich bestimmt noch ein bisschen Mieten anheben. Da bin ich nur noch 30 im Minus. Dann brauche ich noch Gewürze und Wohnen. Drum kann ich hier ganz gut abbauen. Schweinehof, Schweinehof. Die Frage ist, kann ich das schon? Ja. Genau, eine Tongrube und Pfarrei. Hm. Genau, machen wir das mal so. Die beiden Teile weg. Dann setze ich hier jeweils einen Tongrube hin. Ja. So. Und eine Töpferei. So. Ähm. Was ich jetzt noch machen muss, ist ein bisschen Gewürze abbauen. Das soll ich auch noch hinkriegen. Hier. Einfach. Und einsetzen. Ah ja. Okay. Ich habe nicht genug Baumaterial. Was fehlt mir? Steine. Interessant. Okay. Dann warte ich bis ich genug Steine habe. Ich habe jetzt. Das heißt, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern bis ich die ersten Kaufleute habe. Was soll ich hier noch hinbauen? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich wollte hier noch eine Kapelle hinbauen, ne? Ohne Rattenfänger oder sowas. Ohne Rattenfänger. So. Fehlt es mir denn irgendwas? Die Kleidung habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Dollerekhacken? holkerei habe ich milch milch ist ein bisschen stagnabel ich mache mal platz für die andere kann ich nicht auf die idee kommt nicht zu plündern ist ja alles okay hier 21 prozent Das ist ein Gewürze, äh, die kommen sozusagen nur rein, bauen wir hier nochmal noch einen Marktplatz hin, ähm, und, okay, das heißt ich brauche erstmal weg, wo denn hier, naja, okay, das heißt ich, das heißt hier mal ein bisschen, das Zeug nieder, und setze eine Wasserpumpe hier drauf, so, da jetzt eine Wasserpumpe drauf ist, ah ja, kann ich jetzt überall einfach, ähm, Gewürze anbauen auf der Insel, ne, da kommt eine Gewürzplantage hin, und einfach überall eine Gewürzplantage hin, Ah, da fehlt mir, fehlt mir wieder, äh, Stein, ja. Okay. Let's eat. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt habe ich wieder ein paar Steine, jetzt kann ich wahrscheinlich wieder weiterbauen. Na gut, geht das doch nicht. Hier hinten laufen wir dann doch nicht, ja? Ich muss dann wohl doch in der... Oh, ups. Da habe ich offenbar die Wasserpumpe mit weggerissen. Das ist natürlich nicht gut. Ähm... Da können wir jetzt hier noch ein bisschen... Weitere Gewürzmontagen bauen. Was haben wir denn angewürzen? Quasi nichts. Ähm... Und nicht meine Insel? Weiß noch nicht. Insel kriege ich auch nicht. Weiß nicht aktuell. Ja, hier ist das Tonvorkommen noch ein bisschen schlechter. Hier ist ein gutes Tonvorkommen. Ja, hier ist aber auch eine ganze Menge an Bedeidigungen. Hier auch. Der Gelbe nochmal. Ja. Hier ist ein... Na ja, schlechteres Tonvorkommen. Können die Inseln natürlich einnehmen. Ein bisschen Platz zu schaffen auf den anderen Inseln. Das würde gehen. Und hier auch quasi nichts. Wo ist denn das? Erdnetplantage. Das würde ich auch. Ach. Verledigen. Eine Pumpe. Okay. Du. Okay. Du. ich mal die leute noch mit also wie hier unten die soldaten noch mit verteilen ähm sozusagen gleich noch einen angriff zu fahren hier ist schweinehof schweinehof eigentlich würde ich hier sogar auskommen wenn ich den schweinehof weniger habe das war sehr gut das erklären wir sozusagen ähm im einen platz verbaut habe das war das war dann also der vulkan okay okay ich 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 ausbeute ja dann sollte ich das mal tun ich immer noch derbe im minus das sein dass es mit dem soll sozusagen von meinen soldaten zusammenhängt So, und du fährst auch mit rein. Genau, kann ich denn? Hier. Okay, aber gar nicht. So, genau, wie greife ich jetzt hier an? Ach, voll drauf, denke ich, oder? So, genau, wie geht es? so genau jetzt habe ich hier einfach mal so an genau jetzt habe ich im prinzip die insel super sehr schön sehr 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 schön so so jetzt baue ich noch eine werft hier dran insel kann ich nämlich ein paar schiffe bauen jetzt noch eins weiter so jetzt kann ich von hier aus wenn ich hier völlig sinnloserweise noch ein paar und oben bauen oder so ist das kreuzer garten also kreuzer garten brauche ich eigentlich noch mal ich dann genau da kann ich verkaufen bekomme ich genug geld davon noch eine weile sozusagen am leben zu bleiben aber mal da runter hier irgendwo hier die drehe hier unten zum beispiel das ist doch eine schöne sache dann du hier runter du hier fehlt einer dann dahin vielleicht sollte ich hier auch mal den weg hinsetzen so dann können wir hier noch eine kleine siedlung aufbauen sozusagen paar kosten wieder rein zu holen das ist nicht gut weg da nehme ich das aus piz wo reist für unsere ja größtenteils gut genug würde ich sagen genau genau und hier ebenfalls das ist was piz ups schaut meine weile lang nicht hin und schon sind die alle tot oder was wahnsinn ah ja genau ihr habt ja noch nicht mal ein badehaus dann kriegt ihr jetzt ein badehaus das tut aber dann müsst ihr hier in der mitte halt einfach mal weg gehen ok dann muss ich also warten bis äh auch in ordnung ähm wo ist meine chauffeur hier ist meine chauffeur hier ist meine chauffeur hier ist meine chauffeur wo ist meine truck hier ist meineCu außerdem wollte ich mit der feuerwache haben kommt jetzt hier genau Ich wähle die Schiffe genau. Ich wähle die Schiffe genau. So. Genau. Dann habe ich das noch an. Dann? Gibt es überhaupt Satteln? Na gut. Dann? 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 Technologien. Ist das schade? So, du bist eine Werft? So, dann hatten wir gerade noch... Wo ist das noch meine Insel? Ah ja, das war die Insel. Hier oben. So, hier. Ratten. Überall Ratten meint er. Würde ich gerne eine Feuerwache bauen. Und Rattenfänger. Rattenfänger ist auch okay. Und wie wäre es mit einem Hospiz? So. Dann... Jetzt noch eine Kapelle. Frage ist wohin? Hier hin. Und hier hin. Na ja. Ja. Und das sollte noch? Spaß. Gut. Können jetzt sozusagen alle aufsteigen. Gewänder. Oh Gott. Schaf. Gold. Gold. Du bist Gold. Ach du. Heilige Schande. Ähm. Das war aber gar nicht hier. Aber wir können ja mal hier mal nachgucken. Da haben nämlich auch kaum Gewürze. Kein wirklichen Gewürzvorrat. Das ist nicht gut. Da bauen wir jetzt noch ein paar. Okay. Ich hätte fast gesagt, wir bauen noch ein paar. Aber... Die Materialien haben wir gerade nicht. Ähm. Hier. Genau. Du hast auch bloß Datteln auf der Insel. Dann... greife ich dich jetzt auch gleich noch an. Ähm. Hier ist noch ein Schiff. Hier ist leer. Hier. Geht mal hier hin. Hier. Auch mit auf das Schiff. So. työ. Gut. Ähm. Gehen. Spezialistenschiff. Das ist ebenfalls ein Spezialistenschiff. Sehr schön, dann greifen wir jetzt noch diese eine Insel an, dann ist es auch gut für heute. Hä? Hallo? Das, genau. Ruhe, ebenfalls. Ja, danke. Ja, danke. so er greift mir hier an du gehst damit hier auf die brücke aber die insel habe ich auch gewonnen super hat die einblendung und kann jetzt wenigstens noch ein paar wirtschaften brauchen geld ist der wahnsinn okay jetzt habe ich wieder geld so jetzt habe ich wieder geld so und ich hätte hier gerne noch einen, nein nicht so einen ein markthaus weg 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 er ist Spaß kann ich hinten noch mal machen, aber nicht mehr jetzt. Das heißt, speichern. Gut, damit verabschiede ich mich für heute und würde sagen, ich spiele die Tage dann sozusagen das Spiel noch zu Ende, das Endloss-Spiel zu Ende, indem ich dann die restlichen Gegner noch erledige oder das Versuche. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.